ja die Stadt hat keine Süßigkeiten nicht so oft dringlich Mensch noch eins okay noch eins hasse mich nicht Jungen hasse mich nicht das sagt meine Freunde immer zu mir hasse mich nicht lol lol der ist überall angefickt alter überall was geht bei euch lol da bist du da also der Sandsturm schützt die und die beten für den damit er bleiben so und um den beizubehalten den Sturm müssen die immer so bestimmte Tanzen ausführen damit er nicht aufhört hat genau gibt's hier irgendwas ich will nicht krank werden Mann was hast du zu an ähm ja warum nicht gut nach äh noch mehr scheiß was hier kohle rumliegen haben noch irgendwas jo jetzt perfekt immer mehr alles ran ein ein mori perfekt hallo k hier wo sonst nix mehr kann ich würde mich auch krass wundern wenn ja so viel Zeug rumliegt na vielleicht hier hinten noch irgendwas ja ich so ey lol ECHO screen war das nicht ne das war doch ein normales item ne ja naja besser haben als nicht haben so ich will trotzdem waffen Gibt's nicht Waffen mein Gott ey mit doch mal Waffen djunke djunke djumke gib mal hier hoch wieder ein ATE sich hat niemand verletzt äh geht's wieder um Vivi bestimmt jo neul oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott wie mies alter da würde ich aber auch zum Emo werden da ein Pilz oh Queen hat was gefunden lol haha wir haben sie schieben hier rein nein da guckt niemand los frisst den äh hallo ich will noch mehr Ausrufezeichen sehen ja gehen wir mal da hoch kann ich jetzt eigentlich schon hier hin weil wenn ich nicht stören soll ah ne ich sag ja dass ich nicht stören will lol ok gehen wir da rein jo lass mich durch du Schwein hä ich habe eine Nachricht für Meister Zidane von Freya äh ich soll im Inn warten ok dann warten wir halt im Inn wenn wo ist das wo ist alles versteckt ist ey das ist echt ein Schweine Djunke Djunke oh gehen wir gleich hier runter ne oder gibt's hier irgendwas gibt mir irgendwas ähm wo war das Inn auch hier was ist jetzt los besser was sie los sind es gibt uns vier an da klar man es wird gegen den Ameisenlöwen kämpfen das heißt also aber vorher gehe ich noch mal speichern damit ich den Dialog falls ich sterbe was eh nicht passiert auch haben wir die wissen dass ich den Dialog nicht noch machen das ist vielleicht zu dem Endline runter kann Checking ich muss alleine gegen die kämpfen, ne ne, never das ist bestimmt jetzt noch Quina da und Vivi aber keine Ahnung das ist hier lang ja er wurde die Züge hinterher also ne, er glaubt, dass wohl ich vor nicht lang konnte oh, das sieht gefährlich aus ich wusste es, Vivi Star, Quina Star LOL, Puck, was macht ein Puck hier? ich werd bekloppt LOL warum ist Puck hier? LOL, Prinz Puck? äh 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 ich hoffe doch ich hoffe doch ich war mit, da war aber nicht mit okay, alles klar äh äh ein Clown hast du mal? sehr klar wir machen gleich mal Racer und drauf äh du gehst an wo hast du Feuer? ah, jetzt hätt ich echt Fersierer gebraucht, ey hätt ich mir davor anlegen sollen scheiße naja, nicht so schlimm ich mach mal auch so weiter klauen was ist das für ein Scheiß? oh nein was ist das für ein Scheiß? oh nein Jan Feuer scheiße aber doch Fandara stimmt doch mehr, ne? ach so ich glaube ich hoffe, dass Racer wins die ganze Zeit anhält wie doch nicht also ist das doch nicht gegen Feuer anfällig also kommen wir doch Clown oh 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 wow wow